Antenne Vorarlberg Servus, ich bin Bettina Heiberlin aus der Antenne Vorarlberg Redaktion und wir sind hier beim Bahnhof in Feldkirch. Hier werden nämlich gerade vier große Panzer des Bundesheers verladen. Die kommen zur Herbstmesse nach Dornbirn und Oberst Michael Kerschat, wie schwer ist es denn diese Riesenpanzer zu verladen? Ja, es ist sicher ein großer Aufwand für uns, die Panzer zu verladen. Sie kommen aus Oberösterreich, werden am Zug hier nach Feldkirch gebracht und wir entladen sie und dann stellen wir einen Konvoi zusammen. Die fahren ja wirklich direkt auf der Autobahn. Wie schnell ist denn so ein Panzer? Ja, die sind unterschiedlich. Hinter uns steht jetzt gerade der Panzer Leopard, der schafft 72 kmh. Wir müssen uns aber auf dem Konvoi nach dem langsamsten Panzer richten und das ist der Bergepanzer, der gerade 45 kmh schafft. Die Panzer haben also einiges unter der Haube, aber dennoch kann es heute auf der 14 zu Behinderungen kommen. In welchem Bereich? Ja, also zwischen Auffahrt Rangweil und Abfahrt Dornbirn Richtung Deutschland sind wir etwas langsamer unterwegs. Aber man kommt dennoch vorbei? Man kann uns überholen, also den ganzen Konvoi, das ist kein Problem. Und was zu sehen hat man da auch heute auf der 14. Vielen Dank Michael Kerschat. Antenne for Auerberg 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 Auerberg